Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Geistpods, gleichzeitig der letzte Podcast der abgelaufenen Saison. Aber die gute Nachricht ist, der Geistpod wird auch nächste Saison ein Podcast sein, der über einen Bundesligisten berichtet oder mag. Ist das nicht großartig? Ja, es fühlt sich unglaublich gut an. Naja, das muss ich wirklich sagen. Das war eine großartige Erleichterung da in Kiel. Das war so ein toller Tag. Es war so ein herausragendes Spiel, muss man ja auch sagen. Das stimmt. Und das mit dem Blick darauf, dass der FC das Hinspiel zu Hause auch noch 0 zu 1 verloren hatte. Da lag ja wieder die Welt in Schutt und Asche, sagen wir, die FC-Welt. Aber dann haben sie es noch umgebogen. Ja, es war wirklich ein unglaubliches Spiel eigentlich. Also ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht, dass es nach 13 Minuten 3 zu 1 steht. Dass Raphael Zichos ein Ding unter die Latte nageln würde. Dass alles irgendwie zusammenkommt. Ja. Und dass der FC derart souverän da durchmarschiert, hätte ich nicht für möglich gehalten. Erzähl mal ein bisschen. Du warst ja vor Ort. Ich war nicht mitgereist. Wie war es für dich, auch mit den Zuschauern wieder im Stadion? Die Zuschauer waren total ungewohnt, aber haben schon so Lust auf die nächste Saison gemacht. Das waren jetzt 2.300, paar Zeckwätschte. Also ich hatte das ausgerechnet mit 15 Prozent der Gesamtkapazität. Wenn man das jetzt auf das reine Energiestadion übertragen würde, würde man immerhin von so knapp 7.500 Leuten reden. Und das hat echt Laune gemacht. Die waren viel lauter als das, was man normalerweise erwartet hätte für so eine, in Anführungsstrichen, kleine Kulisse. Das hat die Spieler mitgerissen. Die hatten Lust. Das ging ja von der ersten Sekunde an los. Die hatten alle Bock, also dieses 1-0, das 1-1, das 2-1, sechs Minuten gespielt. Die Leute, die sich vielleicht gedacht hatten, ich hole mir noch was zu trinken, ganz am Anfang hatten direkt gedacht, okay, Mist, da habe ich dann was verpasst. Das Spiel war durch die Bank großartig. Und eine Nervenschlacht. Angesichts des Ergebnisses ist vielleicht eine merkwürdige Frage, aber würdest du sagen, dass die Kieler Zuschauer die Kieler Mannschaft gepusht haben? Oder hat das den FC auch irgendwie beflügelt, auch wenn die Zuschauer, die im Stadion waren, natürlich nicht die Kölner angefeuert haben? Also wenn ich jetzt Spieler gewesen wäre, wäre es mir scheißegal gewesen, für welche Mannschaft. Also da hätte ich gedacht, komm, es ist eine geile Kulisse hier. Es war Sonnenschein, es war 20 Grad, war wirklich sommerlich schöner Tag. Da hat man doch Bock, Fußball zu spielen. Und dann auch noch das erste Mal nach, was, 14 Monaten wieder vor so einer Kulisse. Und gut, der FC hatte einmal gegen Bielefeld. In Bielefeld, ja. Ich weiß nicht, wie viele da waren. 5.000 waren, glaube ich, da vor Ort. 5.000 sogar noch mehr. Aber das war es. Da dürstest du doch als Spieler. Und das hat man irgendwie, fand ich, gemerkt. Also bei den Kielern genauso wie den Kölnern. Ich hatte das Gefühl, die hatten alle Spaß, die hatten alle Bock. Und die wollten unbedingt Fußball spielen. Und so sind sie da auf den Platz gekommen. Ich hatte zumindest vom Fernseher das Gefühl, dass die Kieler Fans auch super fair waren. Gerade nach Schlusspfiff, die haben ihre Mannschaft ja trotzdem irgendwie gefeiert. Auch wenn die Enttäuschung natürlich groß war. Ich meine, gut, Timo Horn wurde schon in der ersten Halbzeit wegen Zeitspiels, glaube ich, ein bisschen ausgefiffen. Nach elf Minuten, ja. Und dann, als Dominik Drexler reinkam, der hatte dann wahrscheinlich auch nicht so eine schöne Rückkehr wie vielleicht Raphael Zichos. Aber, mein Gott, damit muss, glaube ich, jeder Fußballprofi leben, wenn er irgendwie an alter Wirkungsstätte zurückkehrt. Und wo er vielleicht nicht ganz so positiv gegangen ist damals. Aber selbst mal ein ordentliches VF-Konzert wieder abkriegen, oder? Also, Drexler würde ich jetzt auch mal schätzen. Der ist so ein Spieler, der zieht da vielleicht auch sogar irgendwie ein bisschen Energie raus. Und, ja, der ist nicht wahnsinnig freundlich empfangen worden, auch schon bei der Mannschaftsaufstellung, als das verlesen wurde. Und da hat es Pfiffe gegeben, ordentlich Pfiffe, laute Pfiffe. Aber, mein Gott, also, jeder geht unterschiedlich von seinem Verein weg. Und dann hat er halt mal ordentlich einen abgekriegt. Aber ich glaube, am Ende hat er sich doch gefreut. Man hat ihn dann noch gesehen, wie er nach dem Spiel auf der Tribüne gestanden hat mit Freunden, die mit Sicherheit von vor Ort waren, hat mit Sicherheitsleuten geshakert. Also, der hatte auch seinen Spaß. Ja, gerade auch durch das Ergebnis wird er das verschmerzt haben können. Hast du denn irgendwas von den FC-Fans mitbekommen? Sei es jetzt irgendwie auf der Hinfahrt im Zug oder vor dem Stadion, ein paar Hundert sollen ja da gewesen sein. Also, wir haben das mitbekommen, dass welche kommen sollen. Dann gab es die Gerüchte, da haben wir sich ein bisschen umgehört. Dann war irgendwann klar, es werden offensichtlich mehrere Hundert nach Kiel kommen. Wir wussten aber, weil wir relativ früh im Stadion sein wollten, wussten wir nicht wirklich, wo die hinkommen würden. Wir haben sie dann irgendwann gehört. Wir haben dann auch irgendwann wahrgenommen, okay, da draußen ist jemand. Und man hat auch mitbekommen, dass da entsprechend irgendwie, sei es Feuerwerkskörper oder Böller, irgendwie gezündet wurden. Auch nach dem Spielschluss hat man das gehört. Aber wir konnten nicht einschätzen, wo die sind, weil wir waren so anderthalb Stunden vor Spielbeginn, waren wir da. Wir hatten einfach auch Bock, irgendwie früh da zu sein. Also, ein schönes Spiel, noch irgendwie gemütlich durch die Stadt gelaufen, hat man schon gesehen. Überall Leute in Trikots, dann die Fahnen an den Fenstern, wenn man sucht. Ich meine, es ist keine große Stadt, aber immerhin die größte in Schleswig-Holstein. Die hätten schon Lust gehabt, endlich mal einen Erstligisten zu haben. Und ich fand es ein nettes Städtchen, war wirklich ein schöner Tag dort. Und dann wollten wir einfach früh diese Stimmung irgendwie wahrnehmen im Stadion. Und es war schon so ungewohnt, da anzukommen und so viele Menschen dort zu sehen. Und ich war, oh, ja richtig, warte mal, das ist von mir Zuschauer heute. Sonst bist du gar nicht mehr gewohnt, dass du irgendwie mit dem Taxi irgendwie gar nicht mehr nah dran kommst ans Stadion. Der Zufahrtsweg war nicht so einfach. Deswegen haben wir uns dann irgendwann ins Taxi gesetzt mit den Kollegen, mit denen wir da waren. Und dann kam man da an, da waren relativ viele Leute. Und dann wurde mir das erst bewusst, warte mal kurz, Corona, ja, aber Zuschauer. Dann sind wir in das Stadion und dann war es so wahrgenommen, das war schon schön. Die waren wirklich gut verstreut im Stadion. Die hatten das irgendwie vom Konzept her gut hinbekommen. Ich war etwas verwundert, dass die ohne Mundschutz die allermeisten dann waren. Ich hatte die Regel dann irgendwie nicht wirklich mehr verfolgt, aber umso lauter waren sie. Und das Ergebnis hat zumindest für uns zu großem Spaß beigetragen. Und die Kieler Fans haben am Ende ganz, wie du es gesagt hast, die Mannschaft feiern lassen, hochleben lassen. Wir haben eine geile Saison gespielt, sind Pokal weit gekommen. Die wären ja beinahe direkt aufgestiegen. Ja, mir tut es auch unglaublich leid irgendwo. Und ich hätte es den Kielern auch total gegönnt, wenn es nicht der FC gewesen wäre, auf den sie dann in der Relegation getroffen wären. Also ich glaube, in jedem anderen Duell hätte ich irgendwie Kiel die Daumen gehalten bestimmt. Aber so bin ich natürlich weitaus erleichterter, dass der FC das Ding jetzt gewonnen hat. Und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen neidisch auf dich. Auch du hast ja erzählt, ihr wart da noch irgendwie in der Außengastro. Ich weiß gar nicht, ob innen in Schleswig-Holstein auch möglich gewesen wäre. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ja, ist auch egal. Wahrscheinlich ja. Aber wir haben danach halt draußen noch zumindest am Hafen sitzen können und so auf das Saisonende irgendwie anstößen können. Das hat das Ganze irgendwie abgerundet. Das war echt schön. Total schön. Es klingt ein bisschen wie ein normales Leben, das wir uns so alle zurückwünschen. Aber ich glaube, seit heute in Köln ist ja zumindest die Außengastro auch wieder möglich. Ach, das kommt mit allem wieder im Laufe der nächsten Wochen und Monats. Und ich glaube, wenn wir jetzt daran denken, wir haben jetzt Ende Mai, dann haben wir Juni, Juli, Mitte August. Da beginnt die Bundesliga wieder. Das sind zweieinhalb Monate, in denen noch echt viel passieren kann. Wenn wir uns überlegen, dass irgendwann im April noch die Inzidenzzahlen über 200 waren, dann glaube ich, können wir mit Fug und Recht die Hoffnung hegen, dass es dann halt zur neuen Saison zumindest wieder mit Zuschauern im gewissen Maße wieder möglich ist. Ja, aber du sagst es, die Bundesliga beginnt wieder. Das ist auch etwas, worüber ich sehr erleichtert bin, dass es nicht schon irgendwie jetzt in zweieinhalb Wochen wieder mit dem Training losgeht. Was heißt, ich bin erleichtert, ich muss nicht trainieren. Ich glaube, die Spieler werden auch froh sein, dass sie jetzt zumindest mal vier Wochen irgendwie die Füße hochlegen können nach dieser wirklich mental wie körperlich anstrengenden Saison. Aber was bedeutet der Klassenerhalt jetzt für den FC? Also jeder weiß, auch jeder, der das hört, dass es unglaublich wichtig war, diese Liga zu halten. Also das wird einem ja irgendwie, glaube ich, so richtig bewusst im Laufe der Sommervorbereitung, wenn dann die zweite Liga dann schon startet, Ende Juli. Ich glaube, dann werden wir so wirklich nochmal drauf gucken als Kölner und denken, boah, jetzt guck dir die zweite Liga an. Dann kannst du echt froh sein, dass du in der Bundesliga bist. Ich würde die vage Vermutung äußern, dass es einfacher sein wird, nächstes Jahr in der Bundesliga zu bleiben, als in die Bundesliga aufzusteigen. Davon ist irgendwie auszugehen, ja, wenn man sich die Mannschaften anguckt, gerade in der zweiten Liga, das ist ja schon Wahnsinn. Und ich glaube, der FC hat für seine Situation einen Riesenschritt gemacht, heute auf der Pressekonferenz. Wir werden über die Personalie Horst Held natürlich noch reden, aber wir wollen erst mal auskosten, dieses Gefühl. Und da kam aber trotzdem natürlich auch der Satz, wie wichtig dieser Klassenerhalt war, auch perspektivisch auf Jahre hinweg vielleicht das wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Und das zeigt schon, wie dünn das Eis ist, auf dem dieser Klub gerade finanziell steht. Absolut. Aber wie die Mannschaft es dann am Ende gemacht hat, das war beeindruckend, würde ich sagen, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe im Stadion da gesessen, Bauklötze gestaunt, ich habe gezittert, ich habe wirklich so mitgefiebert, wie lange nicht mehr Schalke war im Vergleich dazu. Und nichts. Und ich habe irgendwie so ein paar Rituale irgendwie angenommen, weil ich gesagt habe, nee, das machst du jetzt auf jeden Fall, das machst du auf jeden Fall. Wenn du das jetzt nicht machen würdest, das ist dann irgendwie Aberglaube hoch zehn gewesen, selbst ich auf der Tribüne. Und es waren tolle Tore, es waren tolle Spielzüge, es hat so viel mehr Chancen gegeben. Ich weiß nicht, wie du das Spiel am Fernseher erlebt hast, aber das muss doch auch mitreißend gewesen sein. Absolut. Also ich muss die kleine Geschichte erzählen, dass der Streaming-Dienst, auf dem es gelaufen ist, ja etwas zeitverzögert ist als das Live-Bild. Und Marc schrieb mir dann, gefühlt bei mir war Anstoß, schrieb er, ja. Und ich denke, okay, da fällt jetzt wohl ein Tor. Und ich freue mich über dieses Tor und dann kommt, die sind so dumm, die sind einfach so dumm. Und ich sitze da nur, nein, wieso sind sie denn dumm? Ach, deswegen. Ja, ich verstehe. Du hast es dann nach dem zweiten Tor gelassen, da war ich dir recht dankbar, dass ich das Spiel dann für mich live sehen konnte. Ja, ich habe das irgendwie wahrscheinlich realisiert, aber nach dem 1-1 habe ich mich so geärgert. Das war so dumm. Da rege ich mich jetzt schon wieder auf. Also so ein einfaches Gegentor, nachdem du so früh führst. Ja, aber du musstest dich ja nicht lange ärgern, das muss man ja dazu sagen. Und wie Florian Kainz eine Flanke schlägt mit seinem eigentlich schwächeren Fuß, das lässt mich auch staunen. Und wie Sebastian Andersson mit eigentlich nur noch einem gesunden Bein die Kopfbälle gewinnt. Ja. Und das ist auch okay. Denke ich auch. Also viel ist richtig gemacht. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, wie wäre das Spiel wohl ausgegangen, wenn sie nicht aus den ersten drei Chancen drei Tore gemacht hätten. Aber das ist ja egal. Also da müssen wir ja nicht mal drüber nachdenken zum Glück. Nee, darüber muss man nicht nachdenken. Und man kann sich ja wirklich so an kleineren Dingen freuen. Wie du sagst es, die Flanke von Kainz mit dem linken Fuß, die war schon gut. Ich persönlich fand diese Aktion von Duda großartig vor dem 1-0. Wir wirklich, es machen glaube ich ganz wenige Spieler, wie sie den Ball am Gegner vorbeilegen. Und ohne dann nochmal einen Zwischenschritt zu machen, die Flanke reinhauen. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht um den Gegner drumherum gekommen. Und Hector, wie er sich freiläuft, Andersson und dann dieses, das 4-1 war ja auch großartig. Also erstmal irgendwie ganz viele Verteidiger in der letzten Reihe spielen den Ball zum Torhüter zurück. Wie Jannis Horn das vielleicht auch schon häufiger gemacht hat. Aber diesmal schlägt er das Ding rein. Hector gewinnt wieder vorne das Kopfball-Duell. Ja, man hat sicher das Glück, dass der Gegenspieler rausrutscht. Ich weiß gar nicht, wer das war. Aber dann so ein Ding unter die Latte zu zimmern. Machst du als Innenverteidiger auch nicht alle Tage wahrscheinlich. Der passt halt genau. Hat er sich ja nicht unbedingt das falsche Spiel für ausgesucht. Nee, total. Aber ich muss ja sagen, ich glaube, dir ging es auch so. Mein Puls, für die, die letzte Woche schon zugehört haben, war wesentlich niedriger. Spätestens nachdem es relativ schnell recht klar war. Aber wir hatten doch alle irgendwie, selbst beim 4-1 noch so, wenn Kiel jetzt nach der Pause ein schnelles 4-2 macht, dann wird es wahrscheinlich wie gegen Augsburg nochmal eng. Oder wenn Lee kurz vor der Pause das Ding nicht verstoppt, direkt vorm Horn, ausgerechnet der mit Abstand beste Techniker bei denen und der beste Fußballer bei denen, verstoppt, freistehend vor Horn diesen Ball. Da ist mir auch das Herz nochmal stehen geblieben. Dann wäre es nochmal lustig geworden. Ich habe das Gefühl, selbst beim FC hat man bis zum Schluss irgendwie so gedacht, weil als das 5-1 gefallen, es sind ja alle Dämme gebrochen, obwohl man in der 84. Minute ist, glaube ich, dann das 5-1 gefallen, da eigentlich schon hätte sagen sollen, yo, das Ding ist durch. Aber die Erleichterung war so groß, nachdem man so viele Großchancen vergeben hat. Also direkt nach der Pause, Kainz freigespielt von Wolf, dann Duda im Nachschuss, dann diese Wahnsinnschance von Andersson. Was ist nochmal? Eckball, glaube ich, wo der Ball vor die Füße fällt, drei Meter vorm Tor und legt das Ding vorbei. Drechsler muss er auch machen. Also ich verstehe, dass er dir nicht rüberliegt zu Thielmann, aber dann muss er ihn auch machen. Geleos hatte einen großartigen Tag dann in der zweiten Halbzeit, hat der sensationell gehalten. Aber zugegebenermaßen, ich wäre etwas ruhiger gewesen und hätte vielleicht auch den Spielbericht schneller fertig geschrieben, wenn das 5.1 früher gefallen ist. Ich habe wirklich keinen einzigen Satz geschrieben bis zum 5.1. Ich habe dann ab der 85. habe ich reingehackt mit dem Spielbericht, aber ich wollte nicht. Ich wollte da nichts verhexen. Ich habe das einmal gemacht, habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt. Im Podcast gegen Freiburg. Auch gegen Augsburg habe ich mich ja schon nicht getraut, vollkommen zu Recht. Ach, nee. Jetzt muss man aber auch sagen, das Spiel, das irgendwie musste es ja so kommen, aber das Hinspiel, eigentlich wollen wir nicht mehr darüber reden, weil es ist egal, aber es war schon wieder so ein typisches FC-Vorendspiel. Ja, wir müssen ja noch nicht gewinnen, wäre schön, wenn, aber es reicht ja auch, wenn es knapp ausgeht. Es hat gereicht, aber wir sind alle wieder drei Jahre gealtert. Drei Jahre gealtert, das hast du recht. Irgendwie habe ich das Gefühl, so diese 0.1 war mir fast lieber als das 1.1. Oder 0.0. Ich glaube, das hätte mich noch viel mehr aufgeregt. So war wenigstens klar und auch die Spieler wussten, müssen wir halt gewinnen. Ja. Oder wie Funkel irgendwie dann sagte, ihr müsst einfach nur ein ganz normales Auswärtsspiel gewinnen gegen einen Zweitligist. Ja, das habe ich mir auch die ganze Zeit zwischen Mittwoch und Samstag gesagt, aber irgendwie war es auch so, ich weiß nicht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so deutlich wird. Ich hatte wirklich Angst vor Elfmeterschießen. Ich glaube, ich hätte das nicht gucken können. Das war ja zum Glück nach drei Minuten. Ja, das stimmt. Da kannst du sagen, okay, es geht nicht in die Verlängerung. Also ich war unfassbar nervös auf der Tribüne. Ich habe, es gab Fotos dann noch von mir, irgendwie den Kollegen gemacht hat, ohne dass ich es mitbekommen habe, wie ich dann irgendwie so kauern auf der Tribüne gesessen habe. Aber wie hast du das denn? Du hast das ja zu Hause geguckt, wahrgenommen. Also ich kann das erzählen. Ich war bei meiner Familie in der Heimat, weil mein Vater zwischen den beiden Relegationsspielen Geburtstag hatte. Und bei mir ging es tatsächlich von der Aufregung. Ich weiß auch nicht, wieso, weil ich ja bei Schalke bin ich ja völlig durchgedreht. Aber das Spiel war irgendwie okay. Aber an dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße an meinem Papa. Ich hoffe, dir geht es wieder gut, weil der ist nach sieben Minuten gegangen. Wie gegangen? Er ist spazieren gegangen. Zwei Dörfer weiter spazieren gegangen. Das 2-1 noch mitbekommen und dann gesagt, kann ich nicht mehr. Dann die Chance noch von Mühling, den Distanzschuss. Und dann ist er aufgestanden und gesagt, Leute, erzählt mir nachher, wie es war. Oh Gott. Also es war aber okay, weil es war ja auch recht nervenaufreibend. Obwohl im Nachhinein würde ich sagen, wenn er da geblieben wäre, wäre er wesentlich entspannter gewesen, als er auf seinem 90-minütigen Spaziergang da. Gott, das hätte mich noch viel mehr wahnsinnig gemacht. Ey, ich hätte mit Sicherheit doch irgendwie entweder einen Guido Ostrowski angemacht oder ... Er hatte kein Handy dabei. Wir konnten ihn auch nicht kontaktieren. Hier, du kannst heimkommen. Okay, immerhin. Naja, aber letztendlich war auch er dann ganz glücklich. Und kam mal ein bisschen verängstigt rein und hat gebeten, dass wir ihn jetzt nicht verarschen mögen. Naja, ist alles gut gegangen. Alle sind glücklich. Außer, ich glaube, Horst Held. Wenn ich jetzt mal so eine grobe Überleitung schaffen darf. Oh, das war auch eine gute Überleitung. Ja, da würde ich tatsächlich irgendwie vielleicht noch so auf diesen Moment nach dem Spiel irgendwie eingehen. Ja, gerne. Weil das war schon so, da sind ja alle Dämme gebrochen. Marco Höger wurde gefeiert, was ich ihm auch echt gönne. Der hat hier fünf Jahre gespielt bei seinem Verein. Und das war ein gebührendes Verabschieden, auch wenn er nicht eingewechselt werden konnte. Aber es gab dann eben, ich habe dann zwischenzeitlich Horst Held aus den Augen verloren. Ich habe schon so geguckt, weil man ja schon gemerkt hatte, es geht ja um seinen Job. Und dann war der irgendwann verschwunden. Offensichtlich saß er auf der Bank. Und dann ist er mit Alex Werle, der ja völlig ausgeflippt ist vor Freude, ist er da Arme in Arme in den Platz gelaufen. Das hatte so ein bisschen was von Franz Beckenbauer 1990. Aber die dann halt zu zweit da lang geschlendert. Ja, da konnte man alles reinlesen. Mittlerweile weiß man, wahrscheinlich hat Held auch schon geahnt, was kommt. Dass es allerdings so schnell gehen würde, war dann doch überraschend, oder? Das war tatsächlich, glaube ich, für uns alle relativ überraschend. Also gestern, glaube ich, waren viele noch recht freudetaumelnd. Und dann kommt diese Nachricht da rein. Ich glaube, dass für einige Fans, die würden sagen, ja gut, das ist ja die zweite gute Nachricht nach dem Klassenerhalt, dass sie sich von Horst Held rennen. Aber der Zeitpunkt hat er natürlich doch schon überrascht. Genau. Also ich glaube, und da würde wahrscheinlich selbst Horst Held nicht widersprechen, es gibt sachliche Gründe, um ihn deutlich zu kritisieren für seine Arbeit. Und wenn dann ein Vorstand der Meinung ist, dass diese Gründe dazu führen, dass man ihm das Amt erneut, dann ist das die Aufgabe und die Pflicht dieses Vorstands, das haben sie gemacht, das haben sie getan, über die Art und Weise, die Kommunikation, die Destil, da sind einfach einige Fragen offen geblieben. Man muss sagen, leider schon wieder. Total. Und das zieht sich halt durch diesen Club seit Jahren, nicht nur mit diesem Vorstand, sondern auch schon vorher. Ich frage mich einfach, warum es ein Club nicht hinbekommt, Trennungen sauber durchzuziehen und offen mit Menschen zu reden und nicht irgendwelche Spielchen zu treiben und dass dann irgendwas Negatives hängen bleibt. Und das finde ich schade, weil das riskiert dann, oder das führt ja am Ende wieder dazu, und deswegen war ich so erstaunt gestern. die ganze Stadt freut sich, die Jubel, alle sind gut gelaunt und dann auf eine Art und Weise zu einem Zeitpunkt, bei dem man irgendwie das Gefühl dann hat, da ist überhaupt kein Fein, kein Fingerspitzengefühl für die Situation. Das hätte man gänzlich anders regeln sollen. Total. Also ich glaube, wenn man jetzt auf die anderthalb Jahre zurückblickt, die Horst Heldawa, dann überwiegen schon die Gründe, die am Ende zu einer Trennung führen können. Klar, er hat zweimal den Klassenerhalt geschafft mit dem FC. Das war das Ziel und nichts anderes. Aber hätte das Ziel vielleicht nicht auch anders erreicht werden können? Das ist so die Frage. Aber der Vorstand hat es eben in der Pressekonferenz ja erklärt. Sie haben ihm gesagt, im Falle des Klassenerhaltes analysieren wir zusammen die Saison und entscheiden dann. Horst Held wusste beim Abstieg, gut, dann bin ich wahrscheinlich nicht zu halten, dann wird es sehr eng. Jetzt hat der Vorstand gesagt, Horst Held muss geahnt haben, dass es auch im Falle des Klassenerhalts eng wird. Aber sie haben es ihm nicht gesagt. Sie haben gesagt, wir setzen uns hin, wir analysieren die Saison. Und eigentlich würde ich als Horst Held dann zumindest nicht erwarten, dass es gestern passiert. Und es ist ja nicht entschieden worden, nach dem Spiel, dass sich der Vorstand zusammengesetzt hätte und sagt, okay, wir machen das jetzt für uns. Das Ding war seit Tagen, wenn nicht seit Wochen durch. Also so wie ich jetzt Werner Wolf heute auch verstanden habe, auf die Frage, er hatte ja Ende März Horst Held noch mal öffentlich unterstützt und ihm das Vertrauen ausgesprochen. Da hat er heute gesagt, schon da habe er das nur noch getan, um quasi im Moment des Kampfes um den Klassenerhalt nicht irgendwie noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Aber, Entschuldigung, verlierst du dann nicht unglaublich viel Glaubwürdigkeit, wenn du das jetzt als Vorstand sagst? Dann muss ja jeder Angst um seinen Job haben, selbst wenn du eigentlich den Rücken gestärkt bekommst. Das ist ja im Fußball sowieso teilweise so bizarr, diese Spielchen. Aber wir werden wahrscheinlich nicht genau eruieren können, wann die Entscheidung gefallen ist. Da werden die Aussagen immer wieder anders lauten. Aber zumindest kann man so zwischen den Zeilen rauslesen, dass ich würde sogar sagen, nachdem man gemerkt hat, dass die Wintertransfers ebenfalls durchgefallen waren, also gerade Dennis, ich glaube, da ist der Groschen gefallen für den Vorstand, dass sie sagen, okay, das war seine Chance, er hätte da korrigieren können, was er im Sommer vergeigt hat. Und in dem Moment ist dann, glaube ich, wahrscheinlich der, ja, ob die Entscheidung gefallen ist, aber zumindest ging die Tendenz dann deutlich dahin, selbst im Fall des Klassenerhalts die Reißleiner zu ziehen. Es fällt mir auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum man Horst Held dann noch anderthalb Stunden oder zwei Stunden monologieren lässt, über die Saison sie analysieren lässt und dann sagt, ach ja, übrigens kannst du deine Tasche packen. Ja, dieser Vorgang, den der Ecke Sauren heute bestätigt hat, der ist halt auch komisch. Also auch da wieder so die Frage der Kommunikation, die Frage des Respekts eines Gesprächspartners gegenüber. So wie ich jetzt Horst Held einschätze, wenn man auch seine Historie anschaut, er hat auf Schalke, obwohl er wusste, dass er geht, ist er bis zum Ende dann geblieben und hat eine saubere Übergabe hingelegt. Im Falle des 1. FC Köln, seines Heimatvereins, hätte der das doch genauso gemacht. Ja. Man hätte es sauber mit ihm besprechen können und dann hätte Held am Ende dann gesagt, okay, alles klar, dann vielleicht behalten wir es auch einfach für uns, aber dann ist soweit alles geklärt und dann geben wir es sauber einfach nach der Saison bekannt. Aber also natürlich hat jetzt der Manager Horst Held nichts mit dem Spieler Horst Held zu tun, aber er kam ja auch vom Vorstand auch so kommuniziert, kam Horst Held zum FC, ja, der ehemalige Spieler, 130 Pflichtspiele für den FC und so weiter, der hängt am Klub und dann schafft man es noch nicht mal, sich so zu trennen, dass man eine gemeinsame Erklärung abgibt, einfach weil man wieder mal falsch kommuniziert. Und das finde ich einfach schade, das tut dem FC nicht gut. Ja, total, das sehe ich genauso wie du. Wollen wir mal einen Blick auf die User werfen, was die zu der Entscheidung sagen? Unbedingt. Also wir haben euch heute Morgen gefragt, Trennung Horst Held, richtige Entscheidung vom 1. FC Köln oder nicht? Und 66 Prozent von euch sind der Ansicht, ja, das war die richtige Entscheidung, sich jetzt von Horst Held zu trennen. Dementsprechend 34 haben für Nein gestimmt und das macht in Zahlen 2.225 für Ja und 1.139 für Nein. Also ich würde sagen, relativ klar. Aber nicht so klar, wie ich gedacht hatte. Also man spricht ja immer so über Meinungsblasen und ich hatte schon das Gefühl, dass beispielsweise diese Twitter-Blase FC war relativ klar kontraheld. Ja, das stimmt. Aber da sieht man mal wieder irgendwie, das ist nicht so deutlich, wie ich es erwartet hätte. Also ein Drittel immer noch pro Held, das finde ich bemerkenswert. Ich habe bei Twitter leiser, leider, ich habe den Tweet nicht mehr gefunden. Ich habe ihn gemerkt, hatte gelacht und habe dann aber vergessen, mir den User rauszuschreiben. Das heißt, wenn du deinen Tweet wieder erkennst da draußen, dann melde dich gerne. Es hat auf jeden Fall ein User geschrieben, der 1. FC Köln entlässt Held, weil man mit den Transfers unzufrieden ist. Auch der 1. FC Köln, nach der Entlassung von Held, verpflichtet der FC trotzdem alle Spieler, mit denen Held verhandelt hat. Stimmt irgendwie. Also das ist ja das Komische, worüber wir ja auch irgendwie jetzt gerade ansatzweise schon gesprochen haben. Held ist geblieben, obwohl irgendwie der Vorstand ihn nicht mehr wollte. Er hat einen Baumgart geholt, er hat einen Jubicic geholt, er hat offensichtlich den Marvin Schwäbe geholt. Timo Hübers soll kommen, Marc Uth soll kommen. Alexander Werle und Horst Held haben mit Volker Struth vor dem Schalke-Spiel noch gesprochen, eigentlich den Deal schon eingetütet. Und jetzt ist Horst Held weg und der FC sagt, ja, alles klar, dann nehmen wir die Spiele ja trotzdem. So schlecht war die Arbeit von Horst Held ja offensichtlich doch nicht. Also das ist schon ein bisschen komisch. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Also Marc Uth ist mit Sicherheit jemand, mit dem Held über die ganze Saison Kontakt gehalten hat. Timo Hübers kann auch schon ein Jörg-Jakobs-Transfer sein, er kennt ihn, er hat ihn damals schon zum FC geholt. Marvin Schwäbe, kann ich noch gar nichts zu sagen, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist, ob das jetzt aus der Scouting-Abteilung kommt, dass er überhaupt wahrscheinlich kommt und sich hinter Timo Horn auf die Bank setzt. Vielleicht will der FC auch irgendwie einen neuen Konkurrenzkampf im Tor ausrufen, das weiß ich jetzt noch nicht. Wir haben ja noch nicht mal die Bestätigung, dass Marvin Schwäbe auch kommen wird, aber alles deutet ja so ein bisschen darauf hin. Aber ja, du hast recht, es ist absolut eigenartig, genauso wie, dass man Horst Held dann vorschickt, um die Gespräche mit dem neuen Trainer zu führen. Der neue Trainer Steffen Baumann kommt unter komplett anderen Voraussetzungen jetzt nach Köln. Also das ist schon, aber gut, sie werden sich was dabei gedacht haben oder auch nicht. Irgendwie glaube ich halt schon. Ja. Im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Insofern glaube ich, würde ich sagen, da stecken, also es deuten so zwei, drei Sachen vielleicht wirklich darauf hin, dass sich was verändern soll. Also Thomas Kessler als neuen, ich sage jetzt mal, Frank Elig fast schon zu installieren. Nicht als Kaderplaner, der Elig war, sondern zunächst einmal als Lizenzspielerleiter aus sportlicher Sicht. Finde ich spannend, weil er den FC innen auswendig kennt, jetzt als einer der allerersten, dieses DFB-Management, diese Ausbildung durchläuft. Da muss man natürlich auch mal sehen, was da rauskommt, aber der Fußballlehrer vom DFB ist mittlerweile eine sehr, sehr anerkannte Ausbildung international. Also vielleicht hat sich der DFB da was Gutes einfallen lassen für Manager. Es war ja immer so der Vorwurf, dass Fußballer irgendwie dann Manager werden und eigentlich keine Ahnung davon haben. Insofern vielleicht ganz gut. Kessler hat, glaube ich, jetzt ein Jahr mehrere Abteilungen beim FC durchlaufen, hat also viel kennengelernt. Jetzt geht er in den sportlichen Bereich, den er gut kennt. Cool. Finde ich eine spannende Geschichte. Hatte ich mich sowieso gewundert, warum er nicht anstelle von Lukas Berg aufgerückt ist. Jörg Jakobs, muss man einfach sehen, kennt den FC in- und auswendig seit vielen, vielen Jahren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der FC auf der Geschäftsführerposition generell etwas verändern möchte, weil man sich jetzt sehr viel Zeit nimmt, um da jemandem Neues zu installieren. Ein Jahr lang. Vielleicht wollen sie da was gänzlich anderes machen. Ich hatte heute auf der Pressekonferenz so das Gefühl, dass Jörg Jakobs hofft, dass es schneller geht. Das war so ein bisschen, ja, jetzt erst mal den Sommer und lieber schneller als zu langsam. Aber der Vorstand hat sehr klar gesagt, das ist jetzt für die kommende Saison so der Plan. Und das ist, also es passt ja irgendwie, man hat immer noch keinen neuen Kommunikationschef, den man letztes Jahr im Sommer rausgeworfen hat. Man hat jetzt den Geschäftsführer Sport rausgeworfen, hat lässt man sich auch nochmal ein Jahr Zeit. Im schnelllebigen Element des Fußballs vielleicht ein etwas anderer Weg. Man muss ja aber mal sehen, also Ecke Saun hat heute explizit betont, man hat einen Sieben-Jahres-Plan. Das heißt, wir reden also wirklich über etwas sehr, sehr weitreichendes. Dann sind wir schon im Jahr 2028. und wenn man sich jetzt zurückrechne, sieben Jahre, 2014 ist der FC gerade aufgestiegen unter Peter Stöger. Also da sieht man, was für eine Zeitspanne der Vorstand umfassen möchte. Was auch immer, das werden Sie vorstellen auf der Mitgliedsversammlung. Aber vielleicht ist da dieser langfristige Gedanke, einen Geschäftsführer irgendwann zu installieren, vielleicht auch erwähnenswert, der vielleicht nicht von Alex Werle ausgesucht wird. Muss man nochmal sehen. Also das ist die erste Mitgliederversammlung, die wird jetzt nachgeholt aus der vergangenen Saison und das wäre die erste gewesen, wo der aktuelle Vorstand im Amt ist, richtig? Jetzt hast du mich recht. Und 2019 sind sie gewählt worden, 2020, ja, genau. Hätten Sie diese Strategie, die Sie jetzt am 17. Juni für die nächsten sieben Jahre vorstellen, nicht schon bei Ihrer Antrittsmitgliederversammlung vorstellen sollen? 2019. Ja. Hätte man irgendwie erwarten können, zumindest in Teilen. Ich würde sagen, das Einarbeiten vom Beginn der Bekanntgabe der Kandidatur bis hin zur Wahl, ich glaube, da wird man ja in Teilen schon zumindest mal eingearbeitet, mit Dingen konfrontiert. Da hat man mit Sicherheit noch nicht die Innensicht. Aber ich hätte schon erwartet, dass eine Strategie, die man so langfristig sieht, dass die nicht erst nach anderthalb, zwei Jahren präsentiert wird, das mit Sicherheit. Aber wenn Sie jetzt sagen, sieben Jahre, bedeutet das ja jetzt noch ein Jahr, bis der Vorstand wiedergewählt werden soll oder ein neuer gewählt werden soll, plus noch zweimal zwei Amtsperigungen. Das wären dann die sieben Jahre, ja. Also, dass man davon aus, also dass die davon ausgehen, muss ich das mal überlegen, das Spinnerpräsidium war wie lange im Amt? 2003, sie sind zweimal, 2012, ja, also zweieinhalb Amtszeiten waren die dabei. Ja. Dann würde das ungefähr hinkommen, dass die davon ausgehen, drei Amtszeiten zu machen. Ja, das ist eine sportliche Herausforderung. Muss man ja zugegebenermaßen sagen, weil das Vorstandsteam ja schon nach drei Monaten auseinandergeflogen ist mit dem Sieger. Carsten Wettig jetzt bestätigt werden muss, das ist noch nicht mal sicher, dass er bestätigt wird. Ja, ich denke, über die Mitgliederversammlung, da werden wir noch mal einen gesonderten Podcast machen, da werden wir noch viel berichtet. So lange ist es auch nicht mehr dahin. Aber glaubst du, dass sich der Vorstand mit dem Rausschmiss von Held jetzt vielleicht auch ein bisschen schützen wollte, dass er sagt, hier ist der Sündenbock? Oder glaubst du, das hat da gar keine Rolle gespielt? Ich glaube, also ich habe den Begriff Sündenbock auch schon mal verwendet, habe mich ja zum Nachhinein gefragt, ob das wirklich der richtige Ausdruck ist im Sinne von, Sündenbock sagt man ja oftmals, eigentlich ist derjenige gar nicht schuld und wird dann einfach irgendwie geopfert. Ich würde schon sagen, in dem Fall, Horst Held, haben wir ja auch gerade schon gesagt, hat durchaus begründet seinen Job verloren. Aber klar, also mit Sicherheit hat man sich da auch selbst ein bisschen versucht, aus der Schusslinie zu nehmen. Ob das jetzt gerade in diesem Sommer mit einer echt schweren Transferperiode klug war, das wird man sehen. Man hätte ja beispielsweise auch Horst Held in Anführungsstrichen nicht in die Kette legen können, aber man hätte ihm jemanden an die Seite stellen können und sagen können, du hast jetzt gewisse andere Rahmenbedingungen. Du hattest im letzten Jahr 20 Millionen, die du nicht gut investiert hast. Jetzt geben wir dir andere Rahmenbedingungen plus eine gewisse Kontrolle. Vorstand hat ja diese Kontrollfunktionen, muss man sich auch fragen, was im letzten Sommer mit dieser Kontrollfunktion war. Und ja, mal gucken. Also mit Sicherheit haben sie versucht, sich ein bisschen aus der Schusslehne zu nehmen. Ich finde es schon witzig, dass auch immer wieder gesagt wird oder Horst Held das auch immer gesagt hat, ja, wir hatten ja kein Geld, wir hatten ja kein Geld im letzten Sommer, aber 20 Millionen, also für mich als normalen Menschen sind 20 Millionen nicht kein Geld, aber selbst in der Corona-Fußballsaison sind 20 Millionen auch nicht kein Geld. Das ist recht viel. Also ich glaube, Union Berlin hat vor der Saison 1,5 Millionen ausgegeben und steht wo noch mal jetzt in der Saison? Ich weiß gar nicht. Dieser komische Cup, von dem keiner reden will. Da will ja eh keiner spielen. Feiern sie Europa, 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 Pokal. Tja. Aber wir können wenigstens sagen, egal was personell ist und das möchte ich mir wirklich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder sagen, egal was passiert, der FC spielt weiter Bundesliga. Wir haben eine geile Relegation erlebt und der FC hat sie überstanden. Ich brauche sie trotzdem nächste Saison nicht nochmal. Aber ich weiß jetzt schon, ich werde mir die Wiederholungen oder die Zusammenfassung dieses Spiels immer wieder anschauen. Auch im Zug zurück aus Kiel habe ich mir so die ersten 15 Minuten nochmal angeguckt, weil es einfach so großartig war. Ich habe am Anfang des Podcastes, als du angesprochen hattest, dass die zweite Liga so früh wieder losgeht, habe ich kurz gedacht, stimmt, wenn wir mit dem FC im Trainingslager sind, können wir am Wochenende schon das erste Zweitligaspiel gucken. Stimmt. Ja, das ist Wahnsinn. Die Bremer. Die Bremer, die Schalker, die Hamburger, die Nürnberger, die Düsseldorfer. Ich glaube, ich werde viel zweite Liga gucken nächste Saison. Das wird gut. Immer schön Sonntagsmittag, chillen, bisschen FC-Nachbereitung vom Samstagsspiel, vom glorreichen Derbysieg in Gladbach zum Beispiel oder einem Überraschungserfolg in München. sowas. Ja, das wird schön. Mit dem neuen Trainer, Steffen Baumgart, muss ich echt sagen, ich freue mich einfach darauf. Also diese Vorfreude, Kiel hat echt eine Vorfreude geweckt. Man muss ja auch sagen, dieses Spiel, ohne jetzt nochmal das Ganze aufräumen zu wollen, aber man hat schon gesehen, was so in einigen Spielern gesteckt hat. Also stell dir vor, Andersson und Kainz wäre in die gesamte Saison fit gewesen. Stell dir vor, ich habe, warte mal, Bono hat zehn Spiele verpasst. Hector hat 15 Spiele verpasst. Ja. Wenn man sogar noch, nee, noch, nee, richtig, 10 und 15. Das ist krass. Also das ist eine Achse. Innenverteidiger, Sechser, Flügel, Flügel, Sturm. Plus Mittelsturm. Und die haben richtig, richtig viele Spiele gefehlt. Ja, das ist richtig. Ja, und wie du sagst, also dieses, gerade dieses 5-1, dieses Spiel, macht so viel mehr Freude auf die nächste Saison, als wenn es jetzt vielleicht ein Zitter-2-1-Sieg geworden wäre oder nach Verlängerung oder so. Also jetzt ist man irgendwie so ein bisschen motiviert. Kurzer Dämpfer gestern, so Freude hat nicht mal 24 Stunden angehalten. Da kam so der nächste, die nächste schlechte Nachricht vom FC. Wo ist die Frage, ist die Nachricht schlecht? Aber immer, wenn jemand entlassen wird, ist das ja nichts Gutes für den Verein. Weil dann wurde vorher einfach schlechte Arbeit gemacht. Und von daher, aber denken wir nicht so viel daran. Denken wir an die nächste Saison, dass wir Bundesliga spielen, dass wir hoffentlich wieder Fans im Stadion haben. Mit Steffen Baumgart, ein Typ, der die Leute ja mitnehmen kann. Mal gucken, also ich habe auf der Rückfahrt mit Kollegen diskutiert und irgendwie habe ich so ein Gefühl, die nächste Saison wird die Saison von Jan Thielmann. Super gut, wenn er eingewechselt wurde. Aber machen wir jetzt noch einen Fass auf, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden. Das war einfach nur so eine letzte Randbemerkung. Nee, hat mir wirklich auch immer sehr gut gefallen. Zwei Tore vorbereitet, gegen Schalke, gegen Kiel. Also jetzt nur in den letzten Spielen, hat glaube ich schon mehr gemacht in dieser Saison. Mann, da ist ein Typ, ich glaube, der hätte total Bock unter Baumgart zu spielen. Oh ja. Da freue ich mich drauf. Und auch viele andere Dinge im Sommer auch noch. Weißt du, worauf ich mich auch freue? Trainingslager und ein Podcast im Trainingslager. Oh ja, das machen wir. Das machen wir. Aber vorher machen wir noch andere. Genau, machen wir noch andere. Irgendwelche im Juni. Schauen wir mal. Mitgliederversammlung werden wir auch zum Thema machen. Saisonauftakt vielleicht. Also Trainingsauftakt, Entschuldigung. Vorbereitungsauftakt. Wir arbeiten auch noch an einem Gast, den wir natürlich noch nicht verraten wollen. Mal schauen. Freuen wir uns erstmal. Genau. Tschüss. Tschüss.